... ... nimmt also kurz Kontakt auf zu dem Verunfallten, soweit der ansprechbar ist. Vielzahl an Gerätschaften bereitgestellt und bereitgelegt auf einem sogenannten Abstellplatz. Die Plane wird deswegen ausgelegt a, dass das Material nicht im Dreck liegen muss und b, dass es einen festen Platz für das Material gibt. Das Aggregat mit Schere und Spreizer. Das Aggregat arbeitet mit einem Betriebsdruck von 760 bar. Aufgrund der Verletzung oder Verletzungsmuster verschlechtert, kann also der Notarzt zu einer sogenannten Crash-Rettung die Entscheidung fällen und dann wird also recht zurück besser gemacht. ... ... ... ... ... Köln Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017